Der Tag, an dem ich ein schönes Porträtfoto von mir poste, von dem ist natürlich mannigfaltige gibt und darunter schreibe, jeder Tag ohne ein Lächeln sei verlorener Tag. Ist das von dir? Ja, ist von mir. Ist von mir. Sag ich so, ist ein Spruch von mir. Das wird hoffentlich nie passieren. Hoffentlich nicht. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Ist auch von dir. Genau. Lebe nicht deinen Traum, sondern halt deine Fresse. Das ist von mir. Mei, ich freue mich. O. » Lass uns begrüßen, wie seriöse erwachsene Menschen, wir dürfen uns gar nicht, du bist wirklich sehr beweglich. Du machst bestimmt Sport. Nein, auf gar keinen Fall. Aber heute, ich mach heute Sport, damit es so aussieht, als würde ich Sport machen. Ich mach nie Sport. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mal, wie man das Wort schreibt. Kommt da ein D oder ein T hinten? Wo? Vorne? Bei Dings. Nein, ich glaube, es ist mit A, C, H. Ach. Ich habe gerade das erste Mal in meinem Leben ein Hörspiel eingespielt. Das ist ein Traum von mir. Das war so schön. Ich war in erster Linie einfach eine wahnsinnige Frau. Ich habe sehr viel gelacht. Sehr viel, aber so ganz geil. Das heißt, du musstest dafür jetzt keine Method-Acting-Class machen? Nein, eigentlich wie immer. Eigentlich wie immer, wenn ich meine Tabletten nicht genommen habe. Ich habe heute Morgen einfach mal abgesetzt. Ich dachte, komm, heute mal nicht. Sprich in meiner Gegenwart bitte nicht von Absetzen. Ach. Ja, aber wobei, wem sage ich das? Das war sehr gut. Ja. Ich habe früher auch viel so EB-Team-Kram gedreht. Electronic Broadcasting, ich erkläre es nochmal für den Zuschauer. Sehr gerne. Man muss doch immer den Zuschauer mitnehmen. Wir denken immer, das weiß jeder, aber... Die Zuschauerin solltest du übrigens... Oh fuck. Ich meine es gar nicht böse. Ich gebe mir wirklich Mühe. Aber es ist auch voll gut. Ich auch. Und ich mache es auch super oft falsch. Aber ich finde es total erstaunlich, wie schnell das so ins Hirn einsickert, dass man das macht. Zuschauer in. Liebe Leute, vor dem Empfangsgerät. Ja. Vor dem Fernseh-Aparillo. So. Oh, Aparillo. Aparillo. Eine Nummer von Tom Jones. Richtig. Richtig. Aber wenn du Zeitung liest, bist du dann so emotional dabei oder inzwischen durch die lange Erfahrung im medialen Geschäft innerlich so tot, dass es dich nicht mehr berührt? Ja. Also Twitter regt mich mehr auf, als wenn ich Zeitung lese. Ich glaube, mein letzter Tweet ist noch von Olli Kahn geschrieben oder so. Ich habe einfach irgendwann aufgegeben, weil ich es super anstrengend finde. Da wurde sich auch viel drüber lustig gemacht. Da warst du die... Die Twitter-Tussi. Die Twitter-Tussi. Die Twitter-Tussi vom ZDF. Ja. Ja. Mittlerweile habe ich letztens mal eine Veranstaltung gemacht. Da hatte ich meine eigene Twitter-Tussi. Da war ich wirklich... Jetzt habe ich es geschafft. You did it! Ja und die war ein Typ. Veranstaltung heißt, das macht man ja ganz oft. Das kriegen ja die Leute so nicht mit, die ich nur aus dem Fernsehen kenne. Dann kommt ein großer deutscher Autohersteller und sagt, wir machen heute Abend eine Gala. Wollen Sie da nicht unsere Betriebsräte besuchen? Ja, da bin ich tatsächlich eher so ein bisschen... Also ich bin da sehr picky. Und ich habe eine Anfrage bekommen für so eine Award Show. Da ging es auch um so junge Köche und Köchinnen. Und dann stellte sich heraus, am Ende ist es Perrier und Perrier ist Nestle. Und ich kann halt nicht parallel für Viva con Agua in Äthiopien einen Brunnen buddeln, um dann aber drei Wochen später mir von Perrier eine goldene Schürze um den Hals hängen. Das wäre dir auch, das hätte einen riesen Shitstorm gegeben. Das wäre dir um die Ohren gekommen. Du hast es abgesagt, nehme ich jetzt mal. Ja, sicher. Ich habe es gemacht. Hier ist mein neuer Bentley. Ich hätte überlegt, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Wir laufen kurz zur Tanke und holen uns noch ein Belohnungsgetränk für hinterher. Oder ein Belohnungs Schokoriegel, je nachdem was du brauchst. Oder ein Beatmungsgerät, je nachdem. Irgendwas. Es gibt ja Leute, die trinken danach Weißbier. Ja, bin ich dabei. Ich hasse Weißbier. Dann trinke ich deines mit. Meins. Sehr gut. Dann holen wir zwei Weißbier. Ach guck mal, hier ist ein Kiosk. Hallo. Hallöchen. So, was machen wir? Was trinkst du denn? Eine Erdbeermilch? Guck mal, hier gibt es noch. Oh, die alten. Aufraum, 75 Watt. Ja, aber das sind die noch mit Glühle. Damit dir mal ein Licht aufgeht, ja. Das ist ein Schatz, weißt du das? Bitte kauf dir eine. Das wird gar nicht mehr hergestellt. Kauf dir eine. Wie assi wirken wir eigentlich, dass wir, entschuldigen, hallo erstmal, dass wir hier eine Frau mit Jogginghosen und ein völlig abgefuckter ehemaliger Letter-Moderator kaufen Bier und das mittags. Ja, weil wir zum Sport gehen und danach trinken wir ein isotonisches Erfrischungsgetränk. Ja, und zwar im Hellen. Das ist ein Karnevalskostüm. Guck mal, das kannst du dir, also es ist ja Corona, deswegen fassen wir es nicht an, aber das hängt man sich um. Ganz ehrlich, wenn nicht Corona wäre, würdest du das mit nach Hause nehmen und heute Abend im Bett ganz in den Arm. Ja, kann man bestimmt bei 60 Grad waschen. Ja. Ist das aber, ist das jetzt einfach angebunden und da kommt später noch der Reiter? Das grast gerade. Ach so, Entschuldigung. Apropos totes Pferd reiten. Ja. Lass uns über die ARD sprechen. Ne, weiß ich, tatsächlich, wir haben uns schon mal privat auch darüber unterhalten. In dieser doch sehr empörungsfreudigen Gesellschaft, in der wir uns ja befinden, gab es eine Empörung, die mir persönlich ein bisschen zu gering ausgefallen ist und das ist die Empörung über den Programmchef, den wir natürlich alle devot respektieren. Das ist ja nicht meiner. Ja, Volker Harris, der in einem Interview gesagt hat, es gibt neben Kai Pflaume keine Showmasterin, keine Moderatorin. Außer ab und zu mal Barbara Schöneberger. Die dieselbe Empathie und Zugewandtheit. Genau, Zugewandtheit. Empathie und Zugewandtheit. Ja, da geht es ja vor allem darum, es geht ja gar nicht gegen Kai Pflaume. Also, dass der Kai Pflaume, dass sie quasi sagen, die Formate müssen zu den Gastgebern und das in dem Fall völlig richtig nicht gegendert passen. Und dann finde ich, muss man sich ja schon mal fragen, was stimmt nicht mit unseren Formaten, wenn die alle von einem und demselben Typen moderiert werden? Oder wie viele Persönlichkeiten hat der eigentlich? Da muss man wirklich sagen, da ist die ARD aber auch Weltmeister im sich beschissen nicht entschuldigen. Wir meinen das ja gar nicht sexistisch. Wir sind hier keine Sexisten und es tut uns leid, wenn die Mädchen jetzt ein bisschen beleidigt sind, weil die jetzt schon wieder keiner in den Arm genommen hat. Ja. Weil wir finden die Mädchen nämlich auch ganz toll. Ich weiß gar nicht, ich hatte auch irgendwo noch ein Telefon. Ich weiß aber gar nicht, wo es ist. Ein Telefon? Soll ich dich mal anrufen, um zu klingeln? Nee, mein Telefon ist immer leise. Und machst du manchmal auch Digital Detox? Weil ich habe manchmal wirklich, ich habe ab und zu so, wenn ich lange Zug fahre, dann tut mir der Daumen weh. Mir auch. Weil ich dieses extra Gelenk, das einem anwächst, ab einer jüngeren Generation nicht habe. Gibt es nicht so ein Ganglium oder so? Ganglium. Ganglium, genau. So und da schalte ich halt mal ein Ganglium runter und dann tut es weh. Ja, ne. Meine Tochter hat ein Handy bekommen. Wie alt war das? Die ist jetzt elf und die hat zum Geburtstag ein Handy bekommen, weil sie, damit sie sich alleine in der Stadt irgendwie bewegen kann. Und ich hab dann, war dann sofort so Bitch und Kontrollzeiten und keine Apps und blubblub. Und gar nichts. Keine Apps? Das ist quasi wie ein, du kannst, wie so ein Seniorentelefon, wo man nur auf die Eins drückt und dann rufst du immer deine Mutter an. Richtiger Spaß. Und im Zuge dessen hat sie dann irgendwann mal zu mir gesagt, ja, aber was war eigentlich mit dir? Und dann dachte ich so, ein guter Punkt. Und dann haben wir so Handyregeln eingeführt und das glaube ich auch sogar durchaus mehr für mich. Ne, aber schon echt und mittlerweile tatsächlich gar nicht, weil ich gemerkt habe, dass gerade durch diese Corona-Zeit mich das richtig runtergezogen. Diese Instagram-Welt, das hat mich richtig fertig gemacht. Weil ich dachte, alle anderen sehen blendend aus, machen ständig Sport, essen nur grüne Sachen und leben ihr Leben trotz allem. Und ich sitze in einem dunklen Zimmer, Lutschkäse aus der Schafsatüte und falle mir kaum die Fingernägel runter. Aber das ist mein Leben auch vor Corona gewesen. Ja, meins auch, aber da hatte ich noch ab und zu irgendwie so Freunde, die genauso erbärmlich dran waren wie ich. Und die habe ich dann auch gesehen und dann konnte man sich so abgleichen. Ich bin letzte Woche, als das Wetter so toll war, irgendwie spazieren gewesen samstags. Ich bin jetzt auch so 18 Stunden gefühlt durch den Stadtwald und habe irgendwie Musik gehört und hatte so einen Moment. Das erste Mal seit sehr langer Zeit mit so einem fast überbordenden Glücksgefühl. Also so richtig glücklich, aber es gab überhaupt keinen Grund. Also ist nichts passiert. Da war auch von außen nichts. Ich habe nicht, keine Ahnung, bin ich bei Tinder gematcht worden oder ich habe nicht im Lotto gewonnen, sondern das war einfach so. Und ich bin so grinsend am Aachener Weiher langgelaufen und dachte, krass, ich weiß nicht wann ich das das letzte Mal hatte. Dass ich einfach so dolle glücklich bin. War toll. Ich weiß nicht warum das so ist. Ich finde das gut. Der zweite Lockdown. Bewegung, frische Luft und Licht machen da auch. Kannst du mal aufhören, meinen inneren Entwicklungsprozess. Und natürlich dieser innere Entwicklungsprozess addiert zu Bewegung und Licht. Ja, ja. Bist du jetzt schon in deinen, ich weiß es ja nie bei euch coolen Leuten. Ist das schon dein Sport-Outfit oder bist du einfach nur cool? Ja, wobei, es ist ja Corona. Ich laufe einfach, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal in der Jeans hatte. Doch gestern, aber ich habe wirklich viel Geld dafür gekriegt. Apropos Sport. Was? Also was? Wir machen Supoba. Ah, Supoba. Cool. Wir machen Supoba, das heißt, ich glaube System of Power and Balance oder irgendwie sowas. Natürlich. Das ist doch hier das amerikanische Rechtssystem auch. Genau. Richtig. Ja, genau. Also du wirst zwischendrin, wirst du kurz gefragt Todesstrafe, nicht Todesstrafe und du musst halt entscheiden. Aber mit einer Körperbewegung. Ah, das sieht sich schon aus. Muss man doch, oder? Warte, bis ich mir die Hose ausgezogen habe und dann sagen wir Hallo. Ja, dann sagen wir Hallo. Weil ich kann dir jetzt schon sagen, das ist nicht der peinlichste Moment, den wir zusammen erleben. Ich habe diese Hose immer an zum Netflix gucken. Ja, aber da habe ich auch schon Sachen angeguckt, wo Leute sich richtig viel bewegen. Das Gute ist, dass das hier, also ich bin ja kein Drill Instructor, wie du es kennst, sonst vielleicht aus den sozialen Netzwerken. Der macht das ganz zärtlich, der Sebastian, der sagt auch bitte. Genau. Aber du bist Personal Trainer? Genau. Und du bist dann quasi, das ist dein Personal Trainer? Okay. Du kannst mal dieses Band nehmen und einmal deine Arme vor und zurück ausgreifen. Was waren nochmal die Arme? Okay. Was machen wir? Machst du irgendwas bestimmtes? Ich habe jetzt nur ein Gummiband hier beim Rücken. Ja, das machst du jetzt eine Stunde lang und dann geht ihr wieder. Okay, genau. Dann kostet das 800 Euro und dann gehen wir alle wieder nach Hause. Du musst dich auf jeden Fall recht stark konzentrieren, weil das halt auch die Koordination fördert. Nicht nur die Balance und eben einfach auch die Konzentration. Deswegen, wenn du jetzt gleich an mich nachdenkst, dann funktioniert es ja nicht. Zum Beispiel. Lass die Hände mal ganz locker. Genau. Und setz die Daumen Richtung Decke. Okay. Mach ich das hier, um mich selber zu motivieren mit den Daumen? Oder was ist das? Du kannst die Daumen auch locker lassen. Es geht mir nur darum, dass du nicht das Board festhältst. Nein! 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 Die Frage ist, wo spürst du es am meisten? Ja! In meiner Würde. Wir müssen natürlich auch das Bier im Auge halten, dass das nicht warm wird. Das ist wichtig. Vom Timing her. Guck mal an, wie ich hier hoch steige. Ist doch schon so. Warte ich. Oh Gott, das ist super. Ich helfe dir jetzt ein bisschen beim Hochspringen. Ich weiß nicht, ob du über die Stange kommst, ohne despektierlich wirken zu wollen. Und dann versuchst du einfach das, was Janine gerade gemacht hat, auch zu machen. Und wenn es halt schnell vorbei ist, ist es schnell vorbei. Dann haben wir eine Bestandsaufnahme auf jeden Fall. Ist ein Satz, den ich öfter auch schon mal selbst gesagt habe. Oh Gott. Hast du jetzt schon keinen Bock mehr oder geht es nicht? Wir haben gerade erst angefangen. Ich hatte vorher schon keinen Bock mehr. Ah, okay. Bevor wir hier reinkamen. Nein, aber du machst das natürlich ganz toll, Sebastian. Das ist nichts gegen dich. Es ist einfach nur so, dass du es zum Kotzen findest. Ja. Oh Gott! Locker. Ich mache gar nichts. Ich gehe ganz von alleine runter. Langsam. Joisch! Oh Gott! Kann man da... Kann das kaputt gehen? Ich kann es schon sehen. Ach so. Kann man es jetzt schon sehen? Oh mein Gott! Es hat bisher jedes Mal geknackst. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, genau. Das heißt, du hörst noch was. Das ist das gute Zeichen. Ich mag das nicht. Es tut unfassbar hier drin in diesem... Was ist das nochmal hier? Ein Muskel. Ein Muskel. Es tut weh. Becken einrollen, Becken einrollen. Nee, andersrum. Dann streckst du den Arsch raus. Du sollst dein Becken einrollen. Ich dachte, das ist ein bisschen sexy. Das sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Aber es ist nicht dealig hier. Ach so. Das, was mich am meisten fertig macht, dass es mich sogar intellektuell überfordert. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was wir machen. Nee. Das mag ich nicht so gerne, was jetzt kommt. Ach, das magst du nicht so gerne? Das mag ich nicht so gerne. Okay. Das ist, da sieht man richtig bescheuert bei aus. Du meinst so bescheuert, wie wenn man Wasser trinkt, um das Markenetikett zu verbergen mit seinen Händen? Das sieht aus, als würdest du dir in so einem Inga Lindström Film nach so einem langen Tag am Strand in den Bühnen, nachdem du dich gerade von deinem Ex-Mann getrennt hast, dir so eine heiße Tasse Tee machen, wo so ein kleiner Schuss rum drin ist, damit es nicht ganz so weh tut. Egon. So, aber zumindest konnte man nicht sehen, dass da Wolbeck drin ist. Ja. Das ist doch gut. Kennt ihr diese neue Gravity Challenge? Das machen Männer und Frauen nebeneinander und dann nehmen die Frauen die Hände auf den Rücken und die Männer fahren alle nach vorne um. Weil Männer einen anderen Körperschwerpunkt haben als Frauen. Das heißt, wenn Männer und Frauen so machen und Frauen können die Arme auf den Rücken nehmen und Männer kriegen das nicht hin, die fallen vorne über. Wie? Was? So? Oh, ich bin umgefallen. Ich bin wohl viel zu männlich für diese Ego. Sorry. Komm mir gerade vor, als würde ich ein Kind kriegen. Oh Gott. Nein. Glaube mir. Far, far away. Ich mach so Pressatmungen. Ja. Durchfall trifft es auch ein bisschen. Kann man das zu Hause auch mit dem Nudelholz und dem Vesperbrett machen? Mach mal gerade. Mach mal gerade. Mach mal gerade. Mach mal gerade. Jetzt die Hände nach vorne. So, okay. Jetzt gehst du ganz leicht mit dem Po nach unten. Stopp. Oberkörper aufrichten. Po bleibt tief. Knie raus. Und gleichzeitig drückst du die Knie nach außen. Und nicht mit dem Po runter gehen. Der bleibt da oben. Der Keil darf nicht runter fallen. Okay. Ja, der Po bleibt da. Und den Oberkörper aufrichten. Nicht mehr auf den Kopf kotzen. Oberkörper aufrichten. Für Sicherheit. Oberkörper aufrichten. Oberkörper aufrichten. Po bleibt tief. Eine nach vorne. Nicht mit dem Po runter gehen. Der bleibt da oben. Bisschen höher den Po. Bisschen höher. Bisschen tiefer. Nein, Quatsch. Ich finde es zum Kotzen, wenn gut aussehende Männer auch noch lustig sind. Irgendwas muss uns doch auch noch bleiben. Geld. Bist du auch reich? Wie definierst du Reichtum? Ist die Frage. Wenn du jetzt mit so einem cheesy Scheiß kommst. Gesundheit. Familie. Mich selbst. Die innere Balance. Ich bin so reich. Egal wie viel. Jetzt der Pierre. Der Pierre macht aber ohne. Nee. Ich will den das runter machen. Warum? Weil er nicht so trainiert ist wie du. Ich habe es nicht gesagt, aber nur gedacht. Nee, komm, mach drauf. Ich will, also aus. Nee. Okay. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Guck mal, jetzt kannst du es schon viel besser. Drei, zwei, eins und geschah. Ah. So. Kannst du gerade meine rechte Hand machen? Danke. Vielen Dank Sebastian. Tschüss. Danke. Bist du ein kontrollierter Mensch oder bist du auch mal, lässt du auch mal alle Viere gerade sein? Was wäre denn jetzt deine Einschätzung? Ich glaube, da du ein sehr ehrgeiziger Mensch bist, bist du schon auch kontrolliert? Ich glaube, so eine richtig, so dich richtig gehen lassen, könnte ich mir bei dir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Echt nicht? Oh doch, kann ich voll gut. Was ich oft mache, ist so, ist so, also bei uns zu Hause quasi so laut Musik und so rumspacken und rumsingen und rumbrillen und so rumhüpfen und so. Im Gegenwart deiner Tochter? Mit, zusammen mit. Ja, das macht toll Spaß. Wir haben immer ganz viel zu Hause getanzt, schon als sie ganz klein war auf dem Arm und jetzt ist sie mittlerweile aber so groß, dass sie auf dem Arm, sie trägt mich mittlerweile. Worum machen wir das? Das ist ein sehr schönes Bild. Das ist ein sehr, so ein romantisches Bild, wie du mit deiner Tochter durch die Wohnung flippst. Das ist ein bisschen so wie so ein Werbespot für Parkett. Ist deine Tochter eigentlich auch Showbusiness talentiert? Zeichnet sich das jetzt schon ab, wenn sie so 11? Die ist nicht so ein Zeiger. Ich war immer so, guck mal, ich kann Spagat. Guck, guck jetzt. Ihr müsst jetzt gucken. So, so ist sie nicht. Aber ich bin halt immer noch so zu Hause. Jetzt guck schon. Guck, was die Mama kann. Die kann immer noch Spagat. Das heißt also, du bist schon jemand, der auf einer Party dann trotzdem die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Kann ich, aber ich kann mittlerweile auch total gut nicht derjenige sein. Früher war ich, glaube ich, richtig anstrengend. Also dieses, guck mal, ich kann Spagat. Was du ja wirklich kannst übrigens, du kannst Spagat aus dem Stand, ne? Ja, das stimmt, das kann ich. Soll ich Zeit nehmen? Ja. Nee, aber würdest du nochmal, also ich würde nicht nochmal 20 sein wollen. Also wie ich war mit 20. Nee. Ich war wirklich furchtbar mit 20. Ja. Manche Leute sagen das heute auch immer noch über mich. Aber früher, da fand ich mich jetzt rückblickend selber richtig ätzend. Die, also ich finde das Alter jetzt ehrlich gesagt wirklich gut. Ich fühle mich in diesem Alter sehr wohl. Hier könnte ich jetzt anhalten und es könnte so weitergehen. Ja. Wir sind gleich alt, glaube ich, oder? Sind wir nicht beide Jahrgang 81? Ich bin 76. Echt jetzt? Ja. Ach so. Ach so, das war echt gut gespielt. Danke. Ich habe es kurz geglaubt. Ja. Das geht mir oft mit mir selbst so. Danke, dass du es auflöst. Ja. Das Bier schmeckt wirklich gut. Das schmeckt wirklich lecker, ne? Richtig gut. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Ich habe heute noch nichts gegessen. Hast du mal gefastet? Ich habe mal Kraftfut mittlerweile gegessen, sehr viel. Ich habe mal zwei Wochen Fasten gemacht in Thailand. Echt? Ja. Das war krass. Mit, und jetzt wird es eklig, mit jeden Tag einläufen. Und das macht man sich selber, ne? Mhm. Oh, ich fand es schon schlimm, wenn ich ein Zäpfchen bekommen habe als Kind. Mhm. Es war krass. Also wirklich krass, was mit dem Körper passiert, weil man so viel, was man nicht glaubt, irgendwann so wahnsinnig viel Energie hat. Weil der ganze Verdauungsapparat nichts mehr zu tun hat. Und deswegen einfach der Körper so, alles klar Leute. Ich habe richtig Bock. Was können wir tun? Und ich glaube, diese Energie kommt natürlich von daher, ich sterbe gleich, weil ich nichts esse. Ich sollte jetzt unbedingt ein Tier töten und das essen. Ich finde, weil du vorhin gefragt hast, nach so Kontrollverlusten, ich finde so extremerfahrungen irgendwie spannend. Also so Sachen zu machen, die natürlich irgendwie so sehr punktuell sind. Keine Ahnung, tauch mal ohne Neoprenanzug unter Eis oder so durch. Weißt du, so Zeugs. Das hast du gemacht. Das hast du gemacht. Stimmt, das hast du ja gemacht. Richtig für das Duell. So Zeugs. Ich weiß auch nicht, warum irgendwas an mir tickt. Nicht richtig. Aber sowas finde ich auch ein bisschen geil. Das ist natürlich auch ein bisschen das Privileg unserer Berufe, dass man manchmal in Situationen kommt, die man so privat nicht gemacht hätte. Never ever. Heute zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Heute ist so eine Extre-Session. Ich habe mich bewegt. Gut, jetzt trinke ich wieder Alkohol. Das heißt, alles wieder normal. Ich wollte gerade sagen, dann hol es wieder zurück. Nimmst du voll behaltlose Medikamente? Ich bin voll nicht pharmaabhängig. Bist du so jemand, der sofort... Überhaupt nicht. Der einzige Moment, in dem ich so Schmerzmittel nehme, ist wirklich, wenn ich mit 40 Fieber auf eine Bühne muss und es gibt mir Hunde-Elend und ich muss mich für zwei Stunden einfach da durchprügeln, weil ich weiß, ich kann den Schmerz gerade nicht haben. Was du in diesen Zeiten natürlich auf keinen Fall machen würdest. Auf gar keinen Fall. Sondern du würdest nicht sofort den Zillophan einfach nach Hause. Wobei, wenn ich weiß, dass ich Corona habe, wenn ich kein Corona habe, dann kann ich ja trotzdem. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ist ja nur Corona, das Problem. Stimmt. Ne, ansonsten habe ich tatsächlich rausgefunden, dass man mit Schmerz und auch mit Kater und all so Kram, man kann unfassbar viel mit Atmen machen. Das ist eh gut, wenn man regelmäßig atmet. Das ist super. Ich habe für mich Ausatmen entdeckt. Ich war lange nur so ein Einatmer. Cool. Mittlerweile mache ich auch was mit Ausatmen. Und ganz gerne auch abwechselnd, regelmäßig und mittlerweile auch nachts. Ich mache es jetzt auch nachts und seitdem geht es mir so gut. Ich habe das mit Blinzeln jetzt entdeckt. Nein. Ja. Habe ich von gelesen, im Internet habe ich irgendwie nicht so ganz dran geglaubt. Das ist tatsächlich irgendwann, es hilft, dass sich die Iris nicht anfühlt wie so Schmirgelpapier. Sollen wir uns mal ein Bier holen? Ja und es gibt ja auch Pfand hier. Ja. Das ist nicht meine Gage. Habe mir nicht zwei leere Flaschen versprochen als Gage. Ja dann komm, behalt. Ich spüre meinen Körper nicht mehr. Ach schön, Janine, es war ganz toll mit dir. Es hat großen Spaß gemacht. Bis auf die Sache mit dem Sport. Ja, das tut mir leid, aber dann musstest du durch. Hey User, be yourself. Just be you. Und abonnier diesen Kanal. Embrace your inner drunken child. Ist so ein Spruch von mir. Sag ich immer ganz gern. So wie Carpe Diem. Ist ja auch von dir. So wie Carpe Diem, halt nur ein lustiger.